Ich bin Jan Schuhl, bin 16 Jahre alt und bin jetzt im zweiten Ausbildungsjahr hier bei Citi und mache meine Ausbildung als Fleischhahn. Am besten an meinem Job gefällt mir eigentlich die Teamarbeit und das Zerlegen und das Arbeiten mit Lebensmitteln allgemein, das Herstellen von Spezialitäten und all was dazu gehört. Ich bin auf den Beruf gekommen durch eine Familientradition. Meine Mutter hat den Beruf davor gemacht, mein Opa hat den davor gemacht. Für den Beruf sollte man mitbringen, auf jeden Fall Spaß an Teamarbeit, Spaß an Herstellen von Spezialitäten und Bock auf Lebensmittel haben. Normaler Arbeitstag, also als erstes bestücke ich die Theke mit dem Meister und danach gehe ich zu den Gesellen ins Zerlegen und danach gehen wir natürlich auch verkaufen. Man sollte halt immer im freundlichen Umgang mit Menschen sein und gerne auch mit Menschen zusammenarbeiten. Man kann immer zu den Ausbildern hingehen, wenn irgendwas ist, die sind immer für einen da und helfen einem auch viel, bringen einem viel bei. Für Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es einmal den Fleischermeister und einmal gibt es den Lebensmitteltechniker. Ich persönlich würde lieber den Fleischermeister machen. Es ist ein ganz entspanntes Arbeitsklima, wir schaffen viel zusammen als Team, arbeiten gerne und macht Spaß zusammen. Ich persönlich würde lieber den Fleischermeister und ich würde gerne 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017